Das ist der Fatman. Und wisst ihr, was dieser Fatman kann? Er kann Mäuwa töten. Mäuwa. Oh, ich liebe es. Ich hasse dich, Mäuwa. Oh, ich abscheue dich. Ja, Mäuwa-Born ist gestorben. Wem interessiert's? Naja, das Spiel wird geladen und wir werden sie nochmal töten. Ich weiß nur noch nicht, womit. Ja, was könnten wir denn noch nehmen? Was fehlt uns denn noch? Hm, ja, mit einer 44 an den Kopf. Perfekt. Komm her, du. Oh, zerplatzt. Oh, ich hasse dich, Mäuwa. Okay, wir laden das Spiel, denn wir wollen sie noch einmal töten. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch den Alien Blaster, oder? Nehmen wir doch mal den Alien Blaster. Alien Blaster da. So. In den Kopf. Bums. Atomisieren. Das ist Mäuwa. So gehört sie dahin. So, und nochmal zurück. Und, ja, wir zerfetzen sie nochmal. Mensch, das ist Schrotflinte. Ähm, Kampfflinte, Kampfflinte, Kampfflinte. Ah, ist kaputt. Reparieren. So. Damit das auch richtig fetzt. So, komm her, du. Bums, Bums. So. So, wo hört sich das? Mäuwa Born ist gestorben. So, und du beschützt sie? Puh. So. Das war mein Special. Bis dann. Juhu, sie ist tot. Juhu, sie ist tot.